ein herzlich willkommen zurück zu einer weiteren runde minimum mit dabei wieder der liebe ryukage und wir spielen hier eine runde ähm ähm portal genau so heißt das ganze gegen npc gegner weil wir einfach gedacht haben auch hier ist feuer äh da war gerade ein dino echt ja ja der war echt ein dino what the fuck der war hinter dir ich hab den gekillt ah dankeschön den hab ich auch gekillt jetzt hab ich ein dino gesehen da hinten war noch ein dino i want that dino ok ich pack hier mal einfach wow dino attacke ja what five enemies remaining yay wo ich will den töten und er ist tot sehr schön ah da hinten ist gold gold creep aber der ist tot du musst echt glück haben dass du kristalle findest um deine rüstung zu leveln genau du musst den gold creep kriegen ne ach du meinst wegen rüstung auch ja ja achso da sind ja immer ein paar verstreut auf der map da irgendwo ja aber die kristalle sind ja auch nicht das was du hauptsächlich brauchst für deine rüstung ja gut für die anfangs sachen nicht aber auch die nuss ach 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 ich muss hier weg alles voller dinos alter was ist da los mega viele dinos ach ja scheiße ach ok das heißt geht endlos oder was einfach je nachdem wieviel wellen man schafft oder wie darf ich das verstehen also ich hab das gefühl es ist wie bisschen wie tower defense es kommen wellen 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 und du musst halt durchhalten ja aber ob es ein ende gibt werden wir sehen ja aber da bringt ja das was ich anhabe jetzt gerade mal rein gar nichts das ist ja das ist ja pvp klamotten die ich anhabe dass ich leben wiederkrieg wenn ich einen gegnerischen spieler kill und so ja das hätte ich mir auch schenken können die dritte welle startet und den ersten typen und ein diener und hier ist der golden creep alter was ist das denn für ein fetter watze buck der gerade in der wand jetzt hab ich ich bin fast tot auch ok ich lebe wieder also ich hab mich wieder regeneriert ich lebe wieder bist du jesus das ist voll der tank hier aber der schießt auch irgendwie nicht ne der mit der blauen rüstung ja der so voll viel alt aushält ne ja den hatte ich auch eben an der backe hi dino ciao dino hi dino ciao dino ich hab gesagt ciao dino ah hier ist der blaue nein ich bin tot wird man da wieder beleh- ja man kann respawn ich weiß nicht ich konnte zumindest klasse auswählen nein bin ich auch tot ich hoffe man kann irgendwann respawn ich bin jetzt auch ins protector mode ok der er sie der ok der schießt komisch und rennt gegen die wand und das wars wir haben grad mal drei wellen geschafft ja und man spawnt nicht wieder das ist irgendwie ein komischer spielmodus sehr schneiden fand den jetzt nicht so berauschend gut aber die punkte was es dafür gibt ist nicht schlecht oha das ist voll krass ok wir spielen noch ne ja also zum punkte aufleveln ist das ganz gut vor allem kriegt man das auch wenn das beispielsweise nach irgendwie äh paar sekunden schon stirbst ich würd sagen es hängt drauf an wie lang die welle an sich geht umso länger die welle hält umso viele wellen du schaffst umso mehr kriegst du dann auch umso mehr kriegst du dann auch wie die einfach immer aus dem nichts kommen diese komischen fischer ja achieve mit irgendwas 30 kills what ok also katana macht hier echt am meisten sinn find ich auch also zumindest bei den normalen gegnern ja bei den bewaffneten wird es manchmal kritisch das stimmt aber ich hab jetzt die shotgun und die ist echt richtig useless hier ich hab auch die standard shotgun die ist halt echt nicht stark aber ich wollte es einfach mal ausprobieren aber das hätt ich besser gelassen da langt er ja noch lebst ja noch vor allem für die drei waves hier 400 Punkte das ist ja voll krass das hat eben 800 echt ich hab 800 bekommen warum hab ich nur 400 gekriegt 800 und irgendwas ich glaub 40 von den dreiecken oder so die fighten hier alle fett und ich verfolge einen Dino ja mich verfolgen alle Dinos alter aber richtig krass gerade dann erzähl ich gar keinen mehr Dino kommt zu Papa ja ne 5 Enemies remaining ich hab grad mal einen Dino gesehen ich bin grad irgendwie an der falschen Seite gewesen ja wie gesagt die waren grad alle bei mir und du rennst natürlich auch mal wieder nackt rum ja natürlich meine Klamotten bringen halt hier nix was heißt die finanzie ja aber die 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 wie heißt sie ice lag armor mit 5% mehr damage ja aber die 5% die machen jetzt den Bock auch nicht fett so jetzt konnte ich mal nackt rumrennen und tot ey cool ich will deine Sachen aufsammeln hoffentlich ohne zu sterben ich bin mal gespannt wenn ihr jetzt die Welle überlebt ob ich dann wieder respawn Gott wie sollen wir die Welle überleben ich hab keine gescheiten Waffen ich hab nur diese scheiß Katanas und die haben voll die Waffen also so Schusswaffen ne ja schon klar ja schon klar guck mal wieso muss ich mal rumrennen tja die lauern schon auf dich und laser down pfff was willst du denn da machen also die Speedy Shotgun war definitiv die falsche Entscheidung die ist richtig für den Arsch ich denk mal die Bullet Helm mit der kommst besser oder die Sniper halt aber ich glaub du hast teilweise keine Zeit um die Sniper auf die zu richten naja ob ich jetzt das normale Fadenkreuz oder die Sniper auf die richtet das glaub ich wurscht ich soll mal sehen ob der Etsy das noch schafft mit so einem Sprung auf jeden Fall nicht boah Gott was leckt denn grad so rum warum bleibst du einfach stehen und schießt nicht jetzt ja Haupttyp sehr schön der Nate fast hätte er selbst gekillt ey kriegt er noch hin kriegt er noch hin wenn er weil dagegen rennt nein und tot ok warum er jetzt die Shotgun raus geholt hat wenn die andere Waffe so abgegradet war verstehe ich nicht aber ist ja auch egal muss man nicht verstehen alle guten Dinge sind 3 würdest du sagen oder probieren wirs nochmal einer geht noch hä hä jetzt krieg ich nur 100 ich 200 hä 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 was den Modus raffe ich nicht der ist komisch egal was solls ja so ich nehm Sniper drauf geschossen die ersten 2 Wellen gehen ja noch aber die 3 ist so bescheiden naja jetzt wenn ich ne richtige Waffe hab geht das komm wir mal kriegen wir auch die 3. Welle also die 3. was denn 3. Welle ist ja harmlos viel zu harmlos da müssen wir wegfliegen ich komm mit zzzzzzzz au ähm nicht Astro ah Astronauten jetzt kommen Astronauten au da war All irgendwie was bist du ins All geflogen ne du lebst hä hä der läuft hier einfach durch die Wand ja ja warum rennen im Raumschirm Dinos rum ja Goldencule schätze weil das können aber äh nein gut nein aber du hast ein Upgrade gekriegt achso ja war halt schneller äh ja Rüstung Armour Synthesizing Armour Synthesizing roger that ok ich glaub es ist halt hier auch mehr Teamplay ähm ja kann schon sein muss aber nicht hehehe new attractive available ok ich steine hier oben und campe oh das rennt hier raus oh wie geil ist das denn hier draußen ist wirklich slower gravity echt ja echt krass krass wiii oh was komm nochmal raus warte warte Dino warte Dino bist du nochmal draußen ich bin unterwegs ich bin unterwegs ich will irgendwo anders hinspringen und da bin ich hier warte warte ich muss erst landen ich spring jetzt hier rüber also ich versuch's wenn ich verkacke egal ist lustig wuuu genau in dem wuuu wuuu i got it yay jetzt so gefeiert wenn grad in dem moment das ding was da lang gefahren ist nicht platt gemacht hätte ey ich bin da grad echt auch ein bisschen erschrocken ey das ist voll tricky ne das ist schon Welle 3 oder ja wir sind grad in der dritten Welle und hier ist der Golden Creep den haben wir erwischt sein dass die Welle aufhört wenn man den Golden Creep erwischt ne die Welle hört nicht auf wenn man den Golden Creep erwischt ne die Welle hört nicht auf wenn man den Golden Creep erwischt hab ich grad gemerkt Objective complete ach ne es war erst Wave 2 echt Mist ja hier waren ab Wave 1 halt schon die ganzen Leute mit Waffen und so ne deswegen war das so verwirrend ja so viele Dinos Gott ich will hier nochmal rüberspringen ist zu cool aber ich warte jetzt lieber bis so ein Fahrzeug geht wenn es wieder da ist dass ich zur Not irgendwo drauf landen kann falls ich es nicht ganz schaffe weil jetzt würde ich schon ganz gerne die Wave 3 schaffen wenn dann verkehrt oh ich muss hier weg ich muss hier weg ich muss hier weg Gott warum treffe ich denn grad gar nix Leute Leute okay also bei mir lags jetzt definitiv ich stand grad zwischen den ganzen Massen und mir ist nichts passiert ich hab auch niemanden getroffen ich hab auch niemanden getroffen ist doch gut ist doch gut und tot oh du fließt aber auch ganz schön boah der Dino hat mich verschluckt ja aber das sind doch echt viele komischer Spielmodus ich bin mal gespannt was wir jetzt kriegen am Punkten weil wann der wieder in der Welle 3 400 wieder 800 warum Quadrate 800 Dreiecke 48 und die Diamantendinger 16 ja immer doppelt so viel wie ich das ist doch kacke wenn es nur 100 oder 200 gibt dann hat er die Hälfte ja aber dann ist ja auch nicht so tragisch Autobalance disabled ja das sehe ich auch aber egal wir sind durch und ich würde auch sagen ich bin durch mit dem Spielmodus ich finde den irgendwie komisch sehr komisch und ganz naja wenn es euch trotzdem gefallen hat dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da schreib was darunter wie immer und dann sehen wir uns die nächsten Tage wieder bis dahin macht's gut tschüss djö